hallo und herzlich willkommen zur 13 folge survival the after mess oder so ähnlich wir müssen gucken 177 punkte haben wir noch kriegen wir dafür noch irgendwas ich denke nicht produktion ist fertig aus irgendwelchen gründen denn das ist hier markiert das aber nicht das ist markiert das könnte ich auswählen wenn ich die punkte hätte ja auch dass das ist das was ich noch nicht auswählen kann bei dem das darüber nicht ist aber was ist hier mit der nahrung los die sind beide freigeschaltet aber ich kann das nicht auswählen hier so so 12 von 14 aha das ist wieder heile das sind noch 13 von 49 hat kein strom vor der kleidung geht zu Ende ne der geht nicht zu Ende sondern ist alle aha Spezialisten so ja komm 12 Feuerkraft aber keine Verteidigung naja da nehmen wir aber einen der sich kloppen kann ah ja Feuerkraft der war nicht gut er hat ihm nur einen Punkt abgezogen er hat noch 55 ok ja dann ab in die Klinik ach die braucht Strom hat die Strom halt nicht die Baracke was wollt ihr ja wild ist gut ah wir haben wieder wieder genug Strom 30 produziert das Ding das ist doch sehr schön ja genau ab in die Klinik hier ne so dann wollen wir noch mal ein bisschen bauen hier noch eine große Turbine daneben und ein großes Solarmodul so so 13 von 49 hat sich immer noch genau hier haben wir wieder was zu tun ja ähm ähm ne okay er kann forschen er kann plündern also kann er da auch hingehen und das einsammeln ouch die hat ihm aber richtig viel eingeschenkt mein lieber Herrgesang so plündern so plündern und forschen kannst da hingehen kannst das ja jetzt hat er aber genau dann kann der das das und dann kann er das räumen hat er wenigstens die Beschäftigung so jetzt gehen die Werkzeuge aus 13 von 49 okay 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ah? Gut. Okay, dann lass mal Ruhe. Ah, und da ist dann der Nächste. Okay. So. Was? Was war das? So, er haut gut, er plündert gut und er forscht gut. Dann würde ich sagen, soll er das hier wegholen, dass wir in der Forschung weiterkommen. So. 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 ihn kann man aber auch nicht dahin schicken dass man sagt so du wie den neuner haut die mit einem mal um ok ja ich würde sagen die hier die muss dann mal dahin muss das befreien und hilft ihm dann und falls das die zu zweiter und wie losgehen würde ich mal so sagen so eine lagerstätte ist leer so und was haben wir jetzt hier okay ein bär erspäht holt ihn euch wieder nix 18 1 und was ist das für eine angriff fünf kländern fünf aber was soll ich die lassen das sind sechs häuser aber er ist ein kämpfer habe ich aber genug die neuen erst mal vorläufig ab 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF für funk, 2017 Und die geht da rüber Untertitelung des ZDF, 2020 Er kann in der Forschung nichts Sehe ich schon so ein bisschen was Naja, wir müssen mal sehen, wie wir das am besten machen Mehlwürmer Sojabohnen Sojabohnen So, dann arbeitet er mal ein bisschen schneller, denke ich mal Dazu dritt seit So, dann gucken wir mal, ob wir jetzt Das große Feld bauen können Können wir Sojabohnen So Okay Okay So gut Er zeigt immer noch an, wie viel da war Oh, da ist aber gar nichts mehr Sehr gut So, es fehlen eben diese Diese Dinger hier, diese Komponenten So, das ist das Erdnüsse So 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 man auch gleich weg wenn das feld fertig ist und das abgeerntet dann können wir das feld wegnehmen können diese bäume noch fällen so die bäume weg das feld muss aufgelöst werden oder nun abgeerntet werden jetzt und sobald abgeerntet ist das nächste große hin so was ist mit meinen leuten ok was 946 haben wir da sind noch 96.000 und da haben wir auch wieder 400 und da ist noch einer jetzt haben wir es aber was wollt ihr denn fahrzeug einer verletzt aber dafür medikamente auch nicht schlecht aber medikamente haben wir eigentlich im augenblick noch genug so was war jetzt als nächstes die forschung die nahrung baumethoden produktion haben wir alles kolonie andenken gepflasterte straße da laufen sie schneller das ist gut das will ich haben bequemes wohnen zweigeschossiges haus und so weiter ja kleiner grüner strauch magnetsturm das ist schlecht das ist einfach nur schlecht aber was ich gucken will ist jetzt mit den neuen häusern hier ein haus ist so groß wie das konnten zweigeschossiges haus ist auch so groß hat sich verletzt gut dann würde ich sagen dass ausschlachten und dafür ein zweigeschossiges bauen das passt ist auch hier jetzt halte am es ist das es und in es ich das ist ausgeräumt das ist leer gibt es hier noch irgendwo gegner scheint nicht sondern ok Nichts. Wie war denn das jetzt mit dem Wasser? Bohrbrunnen. Da brauchen wir auch wieder diese Dinger für. So, bisschen Eisen fehlt noch. So. 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 Und wir probieren wieder hier unser Glück. Aha. What? Das ist nicht mehr viel. So. 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 475 das sieht doch schon mal gut aus das gefällt mir so ok dann gucken wir mal was wir uns zu erzählen haben ja ja besetzte gebiete werden direkt befreut haben schon wieder über 1000 forschung ok ja aber wir sind auch schon wieder am ende einer folge schön dass ihr da war mich würde es freuen wenn ihr beim nächsten mal wieder mit dabei seid lasst einen daumen da einen kommentar vergesst es aber nicht bis dann tschüss